Zehntausende Menschen sind durch Paris marschiert, um Gewalt gegen Frauen an den Pranger zu stellen. Sie forderten die Regierung zu vorbeugenden Handlungen auf. Seit Jahresbeginn sind in Frankreich laut Medienberichten über 100 Frauen von ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht worden. Für den Kampf gegen Gewalt an Frauen stehen jährlich 360 Millionen Euro zur Verfügung. Die Demonstrierenden fordern eine Verdreifachung des Betrags.